Heute sind wir im Integrationszentrum des Österreichischen Integrationsfonds. Hier finden Wert- und Orientierungskurse für Asyl- und Subsidiärschutzberechtigte statt. Mit nun einem neuen, ganz wichtigen Inhalt, nämlich Antisemitismus. Es ist ganz egal, woher dieser Antisemitismus kommt. Ob von links, von rechts, ob autokton oder importiert. Wir haben die Verantwortung als Gesellschaft dagegen anzukämpfen. Und daher ist es auch ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag in der Umsetzung der nationalen Strategie gegen Antisemitismus, dass in den Integrations- und Wertekursen hier speziell über das Judentum gesprochen wird, über jüdisches Leben, über Antisemitismus und auch seine Herkunft. Es ist wichtig, dass alle Menschen, die nach Österreich kommen, von Beginn an sich dieser Verantwortung bewusst sind und einen Beitrag leisten im Kampf gegen den Antisemitismus.